BAM! Übergang is there. Entweder Back ist mir Schattenreich. Hallo, ich stream regelmäßig. Leg los. Ruhig. Ich weiß, ihr seht nichts. Ist mir bewusst. Was? Ich muss erstmal ein Update machen? Nein, nein, nein. BAM! Legacy of the Duelist Link Evolution. Hallo? Ich brauche kein Tutorial. Let's go. Einzelspieler. Kampagne. Erfangen mit Yu-Gi-Ohren. Lesen. Ich kann nicht. Nein. Game Design. Ah, Blue Eyes. Nein, Kalver. Nein, was? Nein. Ich zerstöre den Blue Eyes. Okay, haben wir es jetzt? Ja, Mann. Schwarzes Loch. Leute, wollen wir Exodia ziehen? Leute, wer ist der Champion? Oh mein Gott. That's Animation. Looks pretty cool. Hä, dann müssen wir gegen den. Ja, Leute. Justin, wir haben ein Problem. Nein. Irgendwie habe ich die Storyline falsch gespielt. Wow. Die ganzen Müll nochmal machen. Keine Chance, der Typ. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Nein. Warum? Okay, mei. Oh mein Gott. Oh. Ich bin so gut. Jaha. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Fusion. Das ist ein Problem. Und jetzt die Karte, die ich nicht spiele. Game. Ah, jetzt der Mond. Jetzt kommt der Mond. Stein. Eine Qualle. Sehr schön. Alter, was ist das eigentlich? Nö. Was du kannst, kann ich schon lange. Zeig ihm, wie der Mond zerstört wird. Stein. Jetzt macht es schon wieder keinen Sinn, ein Monster zu beschwören. Stein. Alter, what the fuck ist das denn? Leute, das sieht nicht so gut aus. Er zieht jetzt eh den Red-Eyes. Sie beschützen sich, die Brüder. Also der ist schon mächtig. Oh. 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 Krass. Oh, jetzt kommt der Bakura. Da habe ich nur so eine Shit hier. Das ist ja mal absolut bescheuert. Was haben wir hier? Was willst du tun, Bakura? Ja. Wahrscheinlich hat der Überläufer. Wahrscheinlich hat der Überläufer. Ich weiß, dass das Spiel mich bestrafen wird. Aber ich will es. Ich würde damit Tischen holen. Ja. Ich wusste, dass da nichts kommt. Er ist auch der Magger mit seinen Sternschipps. Stein. Digger, wir haben ein gutes Deck. Wie im Anime. Aloha. Oh. Kräber. Oh, wir springen gegen Bones, ne? Stein. Digger, hast du eine gute Hand. Ihr Decke. Warum? Kaiba. Ich bin Kaiba. Ich muss ja auch gewinnen. Nette Hand. Nehmen wir mal den. Auch nicht das Original-Artwork. So, Yugi. Bitte, bitte, bitte. Was? Keine Animation. Bitte was? Bitte was? Mein Ultradrache wurde einfach gerippt. Warum spielt Yugi überhaupt sowas? Warum spielt Yugi so eine Karte? Ja, immerhin ein Pferd, die spielt Yugi. Es wird Zeit. Oh yeah, Baby! Ja, auch schon Story. Man einfach skippen kann. Digger, wir können die Fee auf 2000 Millionen ATK pushen. Ja, dann machen wir mal. Ich habe gesagt, ich habe Angst vor der. Ich will sie nicht mehr aktivieren. Scheiße, wenn er jetzt ein Monster zieht, bin ich rippt. Oh mein Gott, da habe ich Glück. Bam. Ah, ja. Bam. Champion gegen Schöpfer. Wir müssen natürlich gewinnen gegen Kaiba, denn ihr wisst alle in der Story, Pegasus gewinnt hier gegen Kaiba. Er muss hier alles lesen. Oh. Wir spielen Fusion. Haha. Sup, Kaiba. In der letzten Stunde gelandet geschlagen. Oh. Easy. Ja, Kaiba. Ich möchte nichts sagen. Aber das war es, ne? Ähm. Was für Politisation. Ja, er spielt, äh, diese Trick-Clown-Kiste. Er spielt mit Alking Bennett Key. Ah, ne. Ja, ist doch schön. Yugi wechselt alle fünf Minuten sein Deck. Ja, guck. Gut, dass wir strategisch gespielt haben. Oha. Nein! Alter, der macht uns platt, ne? Wie gebe ich auf? Hier, aufgeben. So. Er geht ja völlig ab. Ja, genau. Hab halt noch mehr. Jaaaaaa. Aber Marvel Force, Leute. Alles cool. Ja, genau. Kippi. Wenn der jetzt Harpie ins Federwisch zieht, ne? Hallo, wir. Was? Blöde Spiel, ey. Geil. Als ob uns Mai jetzt so Probleme macht hier. Spiel ich Raigeki oder so? Ich hoffe. Ja. Sie hat alles ausgespielt und ich hab Raigeki. Schön. Die zieht eh gleich wieder Harpchen-Federwisch. Ja. Tududududududududududududududududududududu. Noi, gegen Joey, blablabla. Bla, 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 bla. Oh, Benekie. Den machen wir! Ha! Ich hab Zeit, sauberer. Ganz einfach. Guck mal hier. Mit dem Kopf. Easy. Entspannter Nummer. Hab ich gesagt. Easy. Machen wir alles kaputt. ha 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 amateur für mich ist kein gegner beste freunde harter gegner vorgezogen first turn boss monster rufen kennt man man kennt ihn gegen joey verliere ich ja das ist ein problem werden red als gewollt zum fusionieren ich sag's auch noch kommt wir nehmen einfach weil geil nice das ist mein leben im stil das leider war gute hand es war halt ob es ok letztmächtig er spielt nur briggs er bestimmt auch kein monster mehr er hat es gar nicht nötig was wenn er kuribu gekommen wäre ja dann kommt er tag mit sich in first turn nice in attack positioning da kommt er in mir was ich habe so schiss vor mir was gerade hat irgendwie überhaupt was sinnvolles damit ja dumm ne safe zone richtig unnötig gespielt ich will nachher eh schwerer sturm aber egal wir müssen uns ja all in gehen vielleicht sie auch müll zusammen das hilft uns jetzt sogar sehr nice was für ein krüppel-duell kuribu wilder kobold falls er tun will zieht er zieht tun wollen aber das ist auch entspannt aber hallo das ist auch nicht die feine englische art wir sind aber falsch rumma kai kai boom krass mst negiert das war's für heute bis dann das war's für heute bis dann geht's Untertitelung des ZDF, 2020